Der Vater ruft zu Hause an, geht ein kleiner Junge ans Telefon, meint er, ist Mami zu Hause? Nee, die ist mit einem fremden Mann im Bett. Meint er, was? Du nimmst jetzt sofort den Hammer, haust erst den fremden Meinten eins über die Glocke und dann der Mama. Na ja, wie gesagt, klong klong, jeder hat eins über die Mütze bekommen. Der Kleine geht wieder ans Telefon und sagt, hab ich gemacht. Meint er so, jetzt nimmst du erst den fremden Mann an die Füße, ziehst eine Swimmingkugel und wirfst einen Rinn und dann das gleiche mit Mutti. Wir haben doch gar kein Swimmingpool. Oh, falsch verbunden.